Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3 Spiel im Anschluss vom letzten Mal. Und ja, das letzte Mal hat tatsächlich im Hintergrund mein Defragmentierungsscheiß angefangen. Und dementsprechend, ja, obwohl, vielleicht sollten wir tatsächlich mal eher in das andere Dorf gehen. Weil, da war ja auch viel, viel mit Rüstung und Magie und blablabla und das war halt Kasus und... Ach, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn wir angegriffen wären? Nachdem ich die Berufe ausgewählt habe, hat sich da jetzt was geändert? Oh oh, die haben gar keine Waffen ausgewählt. Oder doch? Oder wie? Ark sieht aus wie ein Mädchen. Haha. So, also, rüsten. Der kriegt jetzt kein Schwert mehr, oder was? Wie? Wie? Darf er nicht? Darf er nicht ein... Oder wie? Muss er jetzt? Ich weiß auch nicht. Ja, du kriegst jetzt einen Stab noch in die Hand, weil du bist jetzt hier der Weißmagier und du kriegst hier dein... Wir hatten doch dieses Super-Schwert anscheinend nicht mehr. Linke Hand und dann kriegst du auch noch ein Schild. Eigentlich wollte ich aber, dass er ja... Ach ja, wir haben ihn ja jetzt zu Mager gemacht. Deswegen geht das nicht. Deswegen geht das nicht. Ja gut, dann behältst du erst mal das und du das und dann ist das halt erst mal so. Kopf kriegst du... Nein. Du hast ja jetzt... Stimmt, du hast ja deinen eigenen Hut. Oder wie ist das jetzt hier? Wie ist denn das jetzt hier? Kann ich den jetzt einfach wieder Klamotten anziehen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier mit Verteidigungssachen ist, weil die haben sich ja alle umgezogen automatisch. Deswegen irritiert mich das jetzt eigentlich. Du kriegst auf jeden Fall eine Lederrüstung und Bronzearm-Schutz. Ja. Weiß ich nicht. Dann kriegst du auch eine Lederrüstung und... Weiß ich nicht. Und du sollst eigentlich deinen... Na gut, behalt deinen Lederhut auf. Ist auch okay. Und du kriegst eine Weste. So. Ist das jetzt okay so? Oder ist es nicht okay so? Oder... Ich weiß auch nicht. Ich speichere auf jeden Fall mal. Kann ja nicht schaden, mal zu speichern, ne? Gehen wir da mal rein. Und dann... Ja, hier ist auch die heroische Musik noch. Endlich kann ich wieder meine Arbeit in dem Meer... Hatte er ja schon gesagt. Hier waren wir auch schon mal. Ja, dann... Hab Dank. Ich hatte mich schon so an mein Geisterdasein gewöhnt, dass ich mich nach einem geigenen Spukfluss umschlaue. Blablabla. So. Jetzt können wir hier nämlich Mithril-Sachen auch kaufen. Die sind schweineteuer, aber bestimmt voll geil. Deswegen kaufen wir auch schon mal Mithril-Schild. Und Mithril-Handschuhe. Und einen Mithril-Helm. Und Armschie. Und die Rüstung lasse ich mal kurz. Und dann gehen wir raus. Und hier, da kaufen wir. Was kann ich denn hier mal kaufen? Mithril-Rute. Wozu ist diese Rute? Die ist bestimmt besser als ein Stab, ne? Kaufen wir auch mal. Und ein Mistmesser. Und ein neues Schwert. Und da geht unser Geld hin. Und was haben wir hier? Ich habe gehört. Blablabla. Magier-Kram. Ja. Kann ich schaden? Denn ich finde Schlaf blöd. Aber wir kaufen trotzdem mal da zwei von. Jetzt haben wir von allem etwas gekauft. Das ist nicht viel, aber immerhin. Und, äh, was war hier? Ach ja, hier konnte man sich heilen. Aber wir waren auch noch nicht im Inn. Ach, die sind ja jetzt alle wieder verwandelt. Das ist ja so lustig. Wie viele haben wir denn jetzt von denen? Äh. Ich wüsste gerne mal, wie viel wir überhaupt von Portionen haben. Kauf mal zehn Stück. Und gegen den Griff kaufe ich vier. So. Hey, Leute. Saubere Arbeit. Ich wusste dort, dass ihr das in den Griff bekommt. Ihr könnt wohl mehr mit meinem Luft... Ihr könnt wohl mehr mit meinem Luftschiff anfangen als ich. Aber zuerst müssen wir nach Kana anflitzen. Frau Sid wartet nämlich schon eine halbe Ewigkeit auf mich. Frau Sid. Sid hat sich der Gruppe angeschlossen. Ach so, ist das jetzt. Und was ist er so für einer? Ach, der gehört jetzt nicht so zur Gruppe. Der ist jetzt nur so dabei halt. Hallo. Endlich bin ich von meinem Geister-Dasein befreit. Jetzt kann ich wenigstens wieder meine unvergleichliche Schönheit bewundern. Oh, meine Schönheit. Ah, schön. Ja, schön. Seht her, ich bin kein Geist mehr. Ach, süße Sterblichkeit. Wie habe ich dich doch vermisst. Was ist mit den Leuten hier los? Wir sind voll durch. Kriegen wir wieder eine Nachricht? Willkommen in den Mocknet, Kupo. Hier können die Mitglieder deiner Gruppe persönliche Briefe lesen. Hatten wir doch schon. Wir haben gar keinen neuen Brief bekommen. Was haben wir hier? Taka, Sid, du Halunke. Schön, dich wiederzusehen und nicht mehr durch dich durch. Ach so. Ho, ho, ho. Sehr lustig. Sagt Taka, wir wollen den Felsen in Nelf mit dem Luftschiff klein machen. Aber dafür müssen wir den Buch mit Mithril verstärken. Meinst du, du schaffst, das schaffst du? Ja, nicht du. Mit Mithril, so, so. Klingt nicht schlecht. Warte hier und lass mich mal machen. Refia, leg mal Hand an. Sie wollte ja nie, stimmt. Sie will das doch gar nicht. Fertig, dein Luftschiff ist jetzt mit Mithril verstärkt. Es liegt außerhalb des Dorfes. So, ich weiß nicht, hat er seine Stimme eigentlich mal tiefer gemacht. Solide Arbeit, wie immer, Taka. Und das noch super schnell. So, jetzt geht's aufs Schiff und dem Felsen an den Graben. Yay. Okay. Sind hier noch Sachen versteckt? Ich kann mit meinem Glitzerblick alles erfassen. Jetzt, da der Fluch verflogen ist, geht es wieder zurück an die Arbeit. Wart ihr schon in Nelftal? Es ist der einzige Weg durch die Parmeni-Berge, der das äußere und innere Sasune miteinander verbindet. Aber der Weg ins Tal wird von einem großen Felsen versperrt. Meine Oma wohnt in Kanan, aber ich kann sie nicht besuchen. Ja, das ist traurig. So, da sind wir draußen. Ach, unser Luftschiff steht jetzt hier. Oh, ich dachte, ich muss das jetzt schon holen, ey. Da bin ich aber froh, dass ich das nicht holen muss. Ach ja, du kriegst jetzt auf jeden Fall voll das geile Schwert, mein Lieber. Und du kriegst auch ein Mithril-Schild, weil wir dich so mögen. Mit einem Mithril-Helm sogar. Eigentlich passt die Lederrüstung hier auch gar nicht mehr. Kann man das nicht ab... Ach, hier kann man ablegen. Ah, so geht das. Bronzearmschutz. Ist eigentlich alles gar nicht mehr so gut für ihn. Äh. Ah, du kannst... Na, statt einem Schild kann er auch noch, äh, 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 alles klar. Warte mal. Er ist ja jetzt aber beides. Er ist ja jetzt ein Kämpfer und ein... Na, ich sehe schon. Weil er jetzt kämpfen und, und zaubern kann, könnte er jetzt diese Mithril-Route auch noch in die Hand nehmen. Statt einem Schild. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Weil wir haben ja jetzt auch noch unseren Weißmagier-Gabend. Gerade hier. Der kann das doch... Ach, es gibt einen Stab und es gibt eine Mithril-Route. Das eine ist wohl was anderes. Das wusste ich nämlich jetzt nicht. Gut, wenn das so ist, muss ich jedenfalls nicht schwierige Entscheidungen treffen. Dann kriegst du jetzt diese komische Route. Das ist ein Schwert und eine Route, aber er hat jetzt halt kein Schild mehr. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt bei ihm. Aber irgendwie müssen wir ja gerade mal Entscheidungen treffen. Und dann kriegst du auch noch, äh, diese Bronzearmschutzdinger. Während du diese Mithril-Handschuhe kriegst. Ja, und dann sollten wir ihm eigentlich auch noch mal so ein Mithril, ne, das können wir ihm noch mal gönnen hier mit unserem Geld. Noch mal so eine Rüstung. Dann ist er komplett in Mithril. Das hat doch was. Das machen wir noch mal eben. Das ist ja kein Problem, Ingus. Das machen wir doch gerne für dich. So. Genau. So, und dann können wir auch noch mal hier für... Die können wir auch noch mal kaufen. Ähm. Wollen wir mal kurz überlegen. So ein Helm. Würde ich gar nicht schlecht finden noch. Und die Armeschinen können wir auch noch mal. Weil, dann haben wir das halt doppelt. Dann kann ich, äh, den allen was Gutes geben, sozusagen. Zum Beispiel hat er dann keinen Lederhub mehr, sondern, ne? So, machen wir das jetzt mal. Ihr wisst, was ich meine. Ach. Hier. Ganz im Mithril, unser Ingus. Das gefällt mir gut. Also bei ihm bin ich auch sehr, ähm, weiß ich, was ich will. Dann ist mal so. Dann kriegst du die, äh, diese, diese, diese Bronze-Dinger nämlich. Ne? So. Hopp. Da kriegst du den Helm. Äh, und du die Armeschinen. Ja, jetzt fehlt natürlich für unseren Protagonist eigentlich für eine Körperrüstung noch. Daran hab ich jetzt nicht gedacht. Äh, du kriegst jetzt auf jeden Fall noch mal die Bronze-Armeschinen. Und die Lederrüstung. Und den Lederhut. Das, finde ich, passt auch eigentlich ganz gut zu ihm. Aber es ist natürlich alles nicht so hochwertig wie Mithril. Von daher werden wir das auf Dauer noch mal ändern bei ihm. Das passt, das passt. Er braucht noch eine Rüstung. Können wir uns das noch leisten? Noch eine Rüstung? Ja, nun gib mir schon den Kram. Ja, das passt. Aber das ist natürlich jetzt auch fies für Arc. Alle kriegen jetzt was Tolles und Arc, naja... Ist halt Arc. Das ist nicht so wichtig. Ähm. Ja. Ne? Haben wir jetzt sogar Weste und sowas alles über? Was ist denn hier? Ach so, Weste ist nämlich weniger wert. Das könnte man eigentlich theoretisch auch noch mal verkaufen. Habe ich jetzt aber keine Lust. So, das dauert alles so lange. So, wir gehen jetzt raus hier. Los geht's. Ihr seid ja vielleicht lahm. Was? Aber ich dachte, solltest du nicht. Wir haben es dem Kristall versprochen und außerdem will ich noch kein Schmied werden. Ich bin Papa dankbar, dass er ein Waisenkind all die Jahre wie sein eigenes Kind aufgezogen hat. Aber das ist etwas, was ich tun muss. Warte mal, du bist auch ein Waisenkind? Auch? Heißt das? Ach, wir haben was gemeinsam. Ich bin ebenfalls bei Zieheltern aufgewachsen. Äh, Moment mal, ich... Ich habe auch keine Eltern. Was ist denn mit denen los? Das kann doch kein Zufall sein. Der Kristall muss es gewusst haben. Na, das wird wohl eine interessante Reise. Aber jetzt lasst uns den Felsen sprengen. Wenn Refiah jetzt bei uns ist, dann muss die doch auch ausgerüstet werden. Das geht doch gar nicht. Jetzt muss ich mich wieder mit der auseinandersetzen. Die hat doch... Och! So, warte mal. Du kriegst jetzt erstmal einen Beruf. Und zwar wärst du bei mir... Ja, was wird sie? Ein Schwarzwein und ein Dieb? Wie wird ein Dieb jetzt? Ja. So. Was auch immer das heißt. Und, und, äh, trotzdem muss sie ja ausgerüstet werden. Also kriegt sie ein... Oh, Miesri-Messer macht sie aber schlechter oder so. Und Lederschild könnte sie auch kriegen. Das macht sie alles schle... Was braucht denn ein Dieb? Äh. Was braucht ein Dieb als, als Rüstung? Keine Ahnung. Also das hätten wir jetzt schon mal eben mal so für sie. Auch wenn ich das auf Dauer dann auch nochmal aufwerte. Aber was ist denn mit Waffen? Das macht ja alles schlechter. Also Messer ist nicht gut. Lederschild. Das heißt, sie braucht eher ein Schwert. Sehe ich das richtig? Ach, Leute. Ihr macht mich wahnsinnig. Kann man nicht vorher Marifia zu uns kommen lassen? Dann muss ich mich jetzt schon wieder entladen gehen. Und außerdem habe ich dir voll viel Geld ausgegeben. Hätte ich das vorher gewusst. So. Ich will nur mal wissen, ob das Schwert geeignet für sie ist. So, Refia. Wo ist denn hier ein Schwert? Hä? Auf einmal ist ein Messer besser. Kapier ich nicht. Ach, weil das die linke Hand ist. Also habe ich jetzt umsonst ein Schwert gekauft, oder was? Nee, dann kriegt er einen Lunes. Der kriegt dann noch das gute Schwert. Dann war es nicht umsonst gekauft. Gut, dann kriegst du ein Nieselmesser. Das passt ja. Ja gut, so lassen wir das jetzt. Und Lunes kriegt jetzt noch das Schwert. Ja, es dauert alles ewig hier. So. Haben wir es dann? Oder kommt jetzt noch jemand dazu, den ich ausrüsten muss? Fast ein ganzer Part, der hier dabei drauf geht. Aber so ist das. In Final Fantasies gehört dazu. Lalalalalala. Wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Sie sollen irgendwie ins Gebirge sprengen. Irgendwas weiß ich was wo. Hier vielleicht? Du. Wo weiß ich, weiß nicht wo. Wo soll denn das Gebirge gesprankt werden? Ich habe vergessen, ob südlich und östlich und westlich und überhaupt. Ach, hier. Guck mal, hier ist das nämlich so ganz komisch auch. Genau. Jetzt können wir hier mit dem Luftschiff weg. Yeah. So, jetzt können wir hier langlaufen. Und passieren uns tausend Sachen. Ach, wir kommen in ein neues Dorf. Mit unserer Gruppe. Danke für eure Hilfe. Sagt mir Bescheid, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Ich weiß es. Ihr wollt doch sicher ein neues Luftschiff. Na, da seid ihr an den Richtigen geraten. Aber zuerst müsst ihr mit König Argus sprechen. Ich habe nämlich nur den Rumpf gefertigt. Aber der König weiß, wie mein Luftschiff Motoren baut. Kommt nochmal vorbei, wenn ihr bei König Argus gewesen seid. Okay. Sid hat die Gruppe verlassen. Oh. Voll die traurige Musik. Oh. Wir mochten ihn so gerne. Er ist uns so ans Herz gewachsen. Wir sind jetzt in Kanaan. Man munkelt, dass in den Wäldern südlich von hier ein Wichteldorf verborgen liegt. Hier ist unser Mock. Wir haben bestimmt keinen neuen Brief. Ich habe gehört, dass ein reisender Zauberer vor langer Zeit einen heilenden Trank im Dorf versteckte. Aha. Und hier gibt es noch mehr Läden. Und was ist denn mit dir? Schläft die nur oder ist die krank? Salina. Oh, Dash, mein Geliebter. Wann nur wirst du wiederkommen? Warum nur bist du in die Berge des Drachen im Osten gezogen? Und warum nur hast du dies alleine unternommen? Meinst du, wir sollten uns diesen Drachenberg mal genauer ansehen? Na klar, lass uns diesen Dash finden und hierher zurückbringen. Okay. Julien, meine Tochter Salina hat sich unsterblich in diesen Herumtreiber Dash verliebt. Aber er reiste bereits nach zwei Wochen ab. Er sagte etwas von einer Aufgabe, die er erfüllen müsse. Seitdem ist meine Salina untröstlich. Zwei Wochen? Mein Gott. Mädchen. Sei doch nicht so naiv. Hallo? Achso. War hier noch was? Können wir hier wieder Sachen klauen mit unserem Mega... Ach, guck mal da hinten, da glitzert es sogar. Wir beklauen die Leute hier voll. Ich finde es Hammer. Oh, ich habe einen Hammer gefunden. Wie toll. Gott, jetzt können wir hier die Leute beklauen. Das ist ja auch voll fies. Hier ist ein Innenladen. Und hier können wir noch mehr Sachen kaufen, obwohl ich... Beutel... Ach, hier steht bei Beutel, wie viele man hat rechts. Alles klar. Ich habe nämlich das letzte Mal nicht gewusst. Was kann denn die Gold? Er hebt Steinen auf. Sollte man vielleicht auch eine bei sich haben. Man weiß ja nie... Vielleicht auch zwei. Echo Kraut hält stumm auf. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir das nicht haben, finde ich. Weil, ja, wir zaubern ja eh noch nicht so viel. Eine Übernachtung kostet 40 Kill. Nö. Hier können wir uns bestimmt heilen. Am Brunten, hier können wir nicht. Hier kriegen wir jetzt eine Nachricht, eine neue Jog Mock. Willkommen im Mocknet, Kobo. Hier können die Mitglieder deiner Gruppe persönliche Briefe lesen. Nein, immer noch kein neuer Brief. Wer ist das? Oh, hallo, ich bin eine Tänzerin. Schau mir zu. Die tanzen alle immer zu Schwanensee. Das hast du ganz toll gemacht, kleine, süße, rothaarige Tänzerin. Adventure erscheint unten im Menü-Bildschirm-Pfeiler nach links oder rechts. Durch Drücken von Z und M kannst du zwischen den beiden Bildschirmen hin und her schalten. Alles klar. Mann. Oh, unsere Karte, die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. So, hier ist noch ein Laden. Mit einer coolen Händlerin. Ist das eine Frau gewesen? Hier können wir wieder noch mehr schöne Sachen kaufen. Denn Großbogen. Oh Mann, oh. Und Eisenpfeile. Oh, ich will einen Großbogen haben. Das holen wir uns noch, wenn wir dann halt... Ja. Wenn dann halt. Wer bist du? Ero ist ein Weißmagier. Ist ein Weißmagie-Zauber, der die Kraft des Windes nutzt, um den Gegner zu schaden. Fliegende Gegner sind dagegen sehr anfällig. Jipp. Das stimmt. Windzauber halt. Was ist hier im Wasser? Ach, ich kann jetzt hier durchs Wasser pitchern. Finde ich hier vielleicht auch irgendwas? Was? Also manchmal irritiert mich das mit dieser Taste. Geh mal ganz nah hier lang. Vielleicht ist ja hier was im Wasser, was glitzert oder so. Ich laufe jetzt hier im Wasser entlang. Das ist ja cool. Hi. Ich dachte einfach, ich schwimme mal. Oh. Die Truhe enthielt Elixier. Ach so, deswegen konnte man durchs Wasser. Man hat tatsächlich was gefunden. Voll schön. Ich finde das sehr schön. Dann macht das voll Spaß hier. Hui. Mir fehlt aber eigentlich nur noch so das Geräusch von so Platschen und so. Nicht nur Musik, sondern dass man auch so... Chp, 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 hört jetzt. Das ist sehr wichtig. So, wenn ich jetzt hier... Ach, da kann ich nicht lang. Gut, dann gehen wir hier mal wieder von dieser Anhöhe kurz runter. Äh, ja. Dann nochmal nach links. Nach links, nach links. Über die Brücke, Mensch. Mal gucken, was hier hinten noch ist. Das ist nämlich auch noch ein Häuschen. Glistert hier was? Ach, da ist ja unser... Oh, was ist denn los, Sid? Frau Sid wurde krank, als ich weg war. Keine Bange, sie wird schon wieder. Ach, wenn ich doch nur ein Elixier hätte. Schnupf. Ich hab zufällig eins. Host, wirk. Hier, du kriegst ein Elixier. Pass auf. Da. Mein Husten, er ist weg. Ich... Ich fühle mich schon viel besser. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich danke euch. Ihr habt was gut bei mir. Und ihr seid so groß geworden. Schnupf. Wir sind doch erst fünf Minuten weg gewesen. Aber in den paar Tagen können wir doch nicht so viel gewachsen sein. Oh, äh, da fällt mir ein... Seht ihr die Lampe dort an der Wand? Zieht mal an ihr. Ich finde, er hat ein bisschen was von Olaf. Dem Schneemann. Sie öffnet einen Gang zu der alten Werkstatt, wo ich früher an meinem Luftschiff herumgebastelt habe. Vielleicht findet ihr ja dort was Nützliches. Ja, bestimmt. Nanu, ein Geheimgang. Cool. Sowas gefällt uns. Yeah, voll die ganzen Drohnen. Phönix-Feder. Goldnadel. Oh, krass. Das gehört jetzt alles sonst. Wichtelbrot. Was ist denn Wichtelbrot? Wichtelbrot. Noch mehr Wichtelbrot. Portion. Das ist aber sehr großzügig von ihm. Großbogen. Da ist er ja. Wir haben sogar einen jetzt. Eisenfall. Man muss ja auch mal Glück haben im Leben. Blind. Sehr gut. Und noch was versteckt hier. Für unsere kleinen Spürnasen. So, was haben wir hier? Jetzt können wir hier durchs Wasser auch noch pitchern. Und hier auf die Seite gehen. Und dann? Wozu? Für keine Ahnung. Gut. Dann waren wir. Sehr, sehr cool. Der Raum fällt mir. Wir haben wir hier oben rück. Oder daser der Raum fällt mir. Daser auch Quadra! So, es geht um, abherzelt weiter. Deserbophys. Untertitelung des ZDF, 2020